Oh, 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 die Z ist halt... Ich habe Angst um die Z ist. Du gehst Dropper? Bist du an deiner Lieblingsposition Dropper? Äh, no. Äh, doch. Den Dropper mag ich nicht so gerne, ne. Ja, das ist egal, du musst den Dropper jetzt mögen. Ey, du spielst da sonst auch immer Dropper. Ja, aber ich muss, man. Ja, jetzt musst du auch, also geh rein. Roger that. Wird ein B. Ja, ja, ja. Ja, hier Dropper durch. Oh. Sind schon auf lang? Hä, von wo wird... Und auf den Brunnen schon. Ja, ich kann dich drei Seiten deffen. Einer hat 88. Einer hat 88er Hit. Einer hat 88er Hit. Guter Schaden. Hast du guten Schaden. Ja, mein Schaden hat. Einer Richtung Big Box Versus. Einer ist ich. Ecke stand der Halix. Oder? Einer hat. Einer hat. Einer hat Alexung hat. Einer hat Alexung hat. Komm, halt, komm. In der Brunnen schworgen. Ja, ist schon. Ja, easy. Platzverkick. Was? Ja. Ich persönlich find ja 3B in der ersten Runde nicht gut. Haben wir dort? Ja, nicht gut. Ich hab mich wieder ins System eingereiht. Muss man sagen, es ist unmöglich den Dropper mit einer USP gegen Glocks zu halten. Hast du das gesehen? Ich hab dir noch ein Handy gedrückt und dann war's fertig. Ja, einen. Ja, den nächste... Einen hätte ich vielleicht auch holen können, wenn ich besser geaimt hätte. Slow. Und von lang entdeckt halt. Ja. Geh in den Kopf, Junge. Kommt rein mal. Kommt rein. In 1. 120 in 1. Hallo. Einer war lang. Silencio, por favor. Einer ist Dildo. Einer kommt zu... Oh, 3 Leute auf Arschen drauf. 32er hitten. Einer war lang. Hallo, sterben... 65 und 5. Nein, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Schade. Schade, mein Freund. Mein Ping ist auch hoch. Ja, das ist richtig fein. Cool. Lass mal alle Center rushen. Gut. Alle Water rushen. Gäri, die Leute. eder ist erstmal drin. Ach. 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 And Hühnchen. Wo hat er proben? Ach. 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 Alle drop, alle drop, alle drop. Mit grün kann dann lang gehen oder so. Der Marco sich hat mir letztens die Match-Histories von mir angeguckt. Da hören wir halt nichts zu. Los, raus! Das hat sie mir gleich erzählt. Oh, Achtung, komm ich hier. Ja, auf jeden Fall, ich hab mir die Match-Histories von mir angeguckt. Lang steht einer mit 37 und 2. Ich hab so gesehen, die ganzen Hacker, die gegen mich gespielt haben, keiner von denen wurde gebannt. Keiner. Da war ich gut drauf. Ja, der anderen 36. Ich hab auch einen 37, einen 27 gedrückt. Ich hab 34 und 2 kassiert. 68 und 53. So, also ich soll Dropper halten, ja? Jetzt geht's los! Hast du eine Schott hier? Natürlich. Black-7. Und Degel, besser bei. Oh, ganz viele Steps wieder. Ach, ich bin so voll. We are clear. Area secure. Area secure. All clear. Oh, der kommt raus! Mann! Mike, geteckst du gerade! Gar nicht. Einer hat 78, 2 Dropper. Aber 2 Hits von dem nur 4. Einer kommt Fenster. Der pusht durch die Smoke, als ich nachgeladen habe. Gibt's nicht. Einer hat mit A-Wiff. Einer hat mit A-Wiff. Deploying Flashbang. Smoke! Links. Mal Zeit. Ein Window. So. Kleiner von hinten. Sand der da nicht? Nein. Malte, zeig uns doch nochmal genau, wo sie hinkt. Zeh mal hin. Wir kaufen nochmal, oder? Ja. Wir kaufen nochmal, oder? Ach, come on, Alter. Scheiß Dropper. Boah. Roger that. Ich pull's mal jetzt aus, Patrick. Roger that. Throwing Smoke. Smoke. Deploying Flashbang. Wieder nix bei A. Ich verschieb mal hinten rum, Alex. Grenade out! Wir aimen zu dritt die Smoke ab. Zu dritt aimen sie die Smoke auf Lange ab. Roger that. Komm, Freund, he's spawned. Jo. Ich hab Angst. Mann, da guckt man doch immer weg! Drop, drop, drop. Nein, das wird besser. Zwei Wand. Big Box. Big Box, Big Box, Malte. Nice, Wasabi. Der hat eine, der hat 64 schon gekratzt. Big Box, Big Box. Titanic, Titanic, oben, Arme! Alter, Titanic! Du warst doch noch da, oder nicht? Nein, ich war unten die ganze Zeit! Alter, Alter! Wie bist denn du an dem vorbeigelaufen, Alex? Ich bin runtergesprungen. Ja, ist in Ordnung. Okay, ich bin runtergesprungen. Ruhe! Hah! Throwing Flushback! ohhhh! Er hat Hits gefressen auf jeden Fall. Was volles Nate-Set. Ich hab ihn mit meiner Nate getroffen, ich hab ihn 4 HP abgezogen 44er Hit hat er von mir Ich dachte Patrick ist da oben Nein ich war unten ich hab die ganze Zeit hinter der Wand gestanden Ich hab ihn auf die Map geguckt und auch Patrick ist da oben Also ist alles runter gesprungen, da bin ich halt runter gesprungen Da kann ich nicht mehr hin Ich begebe mich auf niedriges Niveau, kann mir irgendjemand auch dazu Ich brauch auch einen Smoke, Malte kannst du mich pushen Wo soll die Smoke hin? Einfach direkt da rein Ich geh da hin Patrick Ich gucke nämlich immer erst, ob Mike hier mal angeht Höre Steps Ich auch Flushbang Unten einer Oh Mauer, unten einer 55 Lass auf Retake spielen Ich chill komplett Ach du Hurensohn, Alter Ach du Hurensohn, Alter Still mit der P9 Da rein? Oder wo ist der Malte? Na hin? Der ist wieder zurück Nein, noch ein Warum? Zu zweit Dazu gesmoked Der Kanzose hat noch 50 AP War schon auf dem Spot eben Wusstest, dass ich die gehört habe, ey Alle, alle Beide sind, zwei sind Water und einer ist lang Einer hat 40 AP Nicey nice Was? Oh, da ist er Oh Was? Den hat man in den Smoke gesehen Den Schatten, Alter Ich hab ihn gehört Ich hab den Schatten nicht gesehen Ich hab ihn nur gehört Der hatte Glück, dass er zwischen den beiden Smoke stand Der konnte da durchgucken Mark ist genau in dem Moment da durchgesprungen Ja, ich wollte rechts reinspringen Naja, du bist genau in dem Moment Was ist denn da? Ey Ah Ey, danke Oh 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 Ja Ja Bisschen geworfen Ich glaub ich halt jetzt von hier Ja, von hier Wie lange ist einer alles? Ball Der eine leckt da oben Ja, sag mal wenn ich reingucken soll Zwei lang Bombelang Ich bin auch nur auf dem Zone Ich bin auch nur auf dem Zone Mal, ich gib auf Akkus, ich move mal Lass mich mal oder du hast doch noch mehr Nee, du hast bessere Waffe Ich hab M4, lass mich mal Digga, ich hab ne 5-7, man Alte, der eine hat den Den ich jetzt gekehrt hab, der leckt noch einer lang Zwei Leute lang Patrick, deck mal hier Dildo und so Zwei Ich hasse diesen Je fais du Lüm Lüm Unten drin Zwei Oh, einer unten drin Ein AK, letzter AK Letzter AK Und der leckt auf Ja, das ist halt ein Lüm Lüm Huren Der ist hier bei mir Ich bin im Nee, der ist hier Achso Hier rechts von mir ist er Ich hab hinten Ich hab hinten Das ist Sim, da ist Sim Hallo Wo? Ja, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt Der kommt zu Sim Ja, warte runter, warte runter Oh, ich dachte schon So ein Anti-Made, Patrick Du hast gesagt rechts von dir Ich hab gedacht, du guckst auf der anderen Seite Junge, ne? Ich kann so nicht spielen Negativ Ja, ich hab mich dich auch nicht ausgelutet Jura hast gesehen, wie ich den grad hinterher gezogen hab Alex, willst du was? Alex Ich hab mal drauf Ich hab mal drauf Ich hab mal drauf Nein, ich hab mich nur gerade innerlich aufgerückt, dass drei von denen einfach so 70er Pins haben und laggen, ey Nichts hier gesehen auf A 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 Deploying Flashbang Lassen wir durch Von hier? Mann Langsinn Step Lass dich nicht holen, Ike Sag, wenn du Hilfe brauchst, Markus Ja Elber Deploying Flashbang Unten oder oben im Fenster war gerade einer Ja Hast du Ich glaub ich hab einen angegriffen Ich bin den nicht wahrscheinlich Oben immer noch Patrick, lass zusammen flieken 3, 2, 1 rum Einer ist dropp Bomme dropp Komm Komm Liegt den Mann noch Ja, oh Mann Unter? Nee, 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 ist wieder zurück Bomme ist irgendwo Katas Nee, ist immer noch dropp Unten, Alex, unten Unten, kommt's hoch Er kommt hoch Ja Liegt nur ein M4, Alex, ne? Oder ein AK Das ist auf jeden Fall was Besseres als ein P90 Da liegt M4, Patrick Link Ich hab selbst einen Ich brauche einen Boah, ich hab zwei Leuten 50 in 1 gedrückt Ich hab ne Handgun von Malte Ich hab ne Handgun von Malte Was hab ich die denn? Ich weiß nicht Boah, ey Die ist doch cool, ne? Mockst du ab, Markus? Ja Gut, dann schmeiß ich die Nade Hat ja genau 2500 Kills auf meiner M4 Malte, warum hast du eigentlich auch Hyping? Du hast ja auch ganz gutes Internet, oder? Nein Hochleistungs-Internet hat ja Ich würde es in meinen Eltern Einer kommt lang, Alex hat nen Hit Und meine Eltern irgendwie was im Internet machen Aber sei es nur wenig Da ist Brand ohne M4 Mal kurz Soll ich dich zuschmock, Patrick, oder? Hinter mit Stein, Alex Hans Hab ich Ah, unten zwei drin Das war die falsche Richtung, Mike Oh, ich werd gerusht, ey! Ist das... Ah, ist schon... Ah, 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 ah Drei sind Schräge gewesen Oder zwei Oh, das ist Cancer Oh, das ist Cancer Schon durch links, kleiner Raum Und hinterm Holz Und unten kommt dann auf einmal Und unten kommt auf jeden Fall, ey Einer hat nur 20 HP Boah, bitte Ja Hinterholz, 50er Hit Einer Schräge Ja, beide Schräge Ja, beide Schräge Einer war im Zillow rein, der andere ist noch lang Gott Oh, ja, genau, ey Einmal rumpicken, Patrick ein Headdy geben Und dann kommt der andere anstatt zu blenden, Mann Pre-Fire Ja, der eine auf jeden Fall schön um die Ecke... um die Ecke... um die Ecke... um die direkten Headdy... Dreckig, die Leute... Eine für Simpy Boy Eine für Patrick Dank Dann soll Alex die nehmen, eine für Malte Dank Alex hast du... wo ist die denn? Ja... Brauchen wir mal ein paar mehr Ass decken oder so... Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht... Ah, lang war wieder einer... Und Läufer gerade nicht vor? Deploying Flashbang Oh, die sind schon durch, die sind schon durch auf lang Schön, Alex Noch einer lang Geh auf, Michael Nice, Alex Ey, du musst erstmal hoch Bombe lang Ich weiß nicht, wo unten was drin ist Patrick... und... Da ist schon einer, Alter Mike... Oh, hier ist Kio, Mann Willst du die M4? Willst du die M4? Nimm die M4, ich hab Blau AP Kio, ne? Hast M4 auch oben Ich weiß Wir mussten die Bombe down Wie lang war die down? Auf A Lang Soll ich move'n oder... move du mal plötzlich Eine Ahnung Ruf mal Nein, bleib mal im B, Mann Knock auf A, Connector Ups Transport A Ruf Ich komme dran, Achtung Ich halte hinten, ich hab dein Blau Ich halte hinten, ich hab dein Blau Halt du mich mal von unten, Markus Wo ist unten? Äh... Water Äh... Ich mache, mache Water Ihr dürft noch nicht vorkommen Weil ich guck so Der wäre mal hier in die Ecke Ob der noch kommt Steig da irgendwo ein paar akatieregen wird Again Dang Meine eigene Waffe hat mir gerade gesagt User unknown error Grüß! Eine sehr Exhausted, muss ich mal sagen. Alter! Ich hab gefehlt, Markus. Selbstpartig. HWP! Moven wir jetzt immer. Oder doch nicht, ich move doch nicht. Mhm. Patrick, we smoke. Was ist das für die smoke, Mike? Wo bin ich jetzt? Ist das ein scheiß smoke? Ja, für mich. Ja, für dich. Deswegen ja, weil ich jetzt allein decken muss. Deck mal allein, ich kippe. Raus, Markus, raus, Markus! Ich hab vier Leben, Mann. Noch Steps. Noch zwei. Noch einer. Hast du? Oh, sauber, Mike. Ich hab gar nichts. Ich hab das hier hinten, das Fenster. Ich hab ne AWP von lang gepiekt. Der hat mich halt einmal mit nem Headshot direkt umgedrückt, Mann. Patrick hat's grad auf mich geschossen? Nein. Ja, hat er. Patrick? Ich hab nicht. Ich hab nicht auf dich geschossen, Mann. Ich hab gesehen, dass du low bist. Ich glaub oben. Runter. Nein, ist noch immer noch oben. Jetzt runter. Steht in der Ecke an der Palette da. Da? Da ist die Palette. Die Palette ist da, wo du hochputtest. 104, 104, 104, 113. Ja, bitte. Kannst kaufen oder soll ich die Kloppen? Kann. Gut. 35 Kills, Alter. Was ist denn mit ihm? Ja, Smurf. Let's go. Aber die anderen haben auch nur 140 Stunden. Das sind immer drei Leute. Ich kann da nichts machen. Mit der Scheiß und hier kannst du ja noch einer, noch einer. Schön. Kann doch nicht halten. Du kannst den nicht halten, ey. Junge, ist das Cancer, ne? Ich bin auf meinen Ping-Arm, Alter. Ich hab unten, Markus. Ja. Auf meine Nase. Schön. Ich geh wieder zurück zu B. Ja, check mal B. WTF. Haben wir die Bombe? Nein, die hatte der letzte. Das ist aber kein Connector, oder? Das ist aber kein Connector, oder? Drop mal, Patrick, lieber bitte. Was? Drop mal. Ich hab Angst, dass es schon Drop kommt, Star. Ach so, ja. Ich. Hm, du sollst droppen, ja. Nee, hier ist nix, hier ist nix. Ich hab gecheckt. Ja. Ihr werdet saven. Nö. Dann. Brücke ran. Patrick, geh du oben lang. Da war er eben, ich hab's selbst gehört. Um auf dem Kessel zu, jetzt wieder den Sack zu machen. Es sei denn lang, Mann. Hä? Oh, Mike. Oh, lol. Ich dachte, Patrick ist das. Nee. Das... Patrick dreht keine... Mike... Was denn? Mike, du Opfer! Pick das. Denk ich ja weg. Oh, ne AWP. Da ist ne P90. Geh mich mal auf. Das ist so aus wie ne... Wie ne... Wie ne Tech9. Das war ne P90, du wichst. Du wichst. Ich schmeiß deine AWP weg. Weiß ich nicht. Alles so geklappt. Alles so geklappt. Das lustige ist ja, grad wir haben noch ein Time-Up bekommen dafür. Und dann haben wir... Ah, schon wieder. Ich move schon mal. Damit aber kein Drop-Health, Markus. Ah, lass mich. Ich... 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 Einer unten drin. Ach, come on, ey. Ach, 81 und 5. Unten. Smoke. Patrick, wir musst du Dropper. Ich glaub, das wird A. Warte, einer ist auf lang bei mir. Oh, er gibt mir sofort ne Headshot, man! Die beiden sind auf B. Also einer ist Drop, einer lang. Push der lang? Ich... Weiß es nicht. Ich seh's nicht mehr. Der... Der sneakt vor. B, Jungs. Drop was, Markus. Drop Smoke. Nein! Oh, Stein! Oh, Stein! Zehn neben Stein! Zehn neben Stein! Zehn neben Stein! Oh, Gott! Ich dachte, du deckst mich da. Door! Es war Stein angesagt! Und Door auch. Komm mal, Alter. Einer hat noch zehn Leben. Der hier rechts um die Tür. Hehehe. Fuck. Der letzte war Big Box wahrscheinlich. Also... Nein! Nein! Warum picke ich denn dann die Nate? Ich dachte, der ist lang hoch. Was ist das für ein Idiot? Warum ist das ein Idiot? Ja, weil er unten steht. Da unten? Hat er richtig gemacht? Ja, hat er nicht richtig gemacht. Na doch! Hat er nicht auch gut gemacht. Hat er auch so gemacht. Ja, er hat mich gut ausgespielt. Er hat plackt, dass ich da auf die Nate gewechselt habe. Weil ich ihn flaschen wollte. Nein! Weil du ein Looper ist. Ehrlich gesagt, hätte ich auch so gemacht. Ich wäre nicht okay. Warum näddest du denn da überhaupt? Ja, weil... Ich hatte ja nicht mehr viel Zeit. Wenn er oben gewesen wäre, hätte ich halt gemäht. Ja, genau. Nicht mehr viel Zeit. Er hat sich vom Dropper abgeschossen. Also, muss ja irgendwo hinter Big Box gewesen sein. Ja, dann bin ich nicht. Oh, mein Feet nach Henker. Mit, mach du. Wir werden auf jeden Fall Tech-9-Schüsse machen. Also, du guckst, wenn da unten was reinkommt, dann wird die verschieben. Die haben nen Kack bei, ne? Ey? Die haben n AK auf jeden Fall. Ja, unten kann ja sein, aber... Ich glaube nicht, dass die nen guten Buy haben, wenn die gerade verloren haben. Einer unten drin. Hey, ich krieg diesen Typen, die zwei unten drin. Waschen ihn? Dieser Scheiß-Fucking-Gefellenden. Alter, der regt mich mega auf. Zwei Schläge auf mich. Der ist scheiße. So ein Roman. Ich gehe auf A. Ich finde, der ist ziemlich gut. Ja, der ist auch gut, aber ich treffe ihn einfach auch nicht. Hinter dir, hinter dir mit Tante. Kneide, hinter dir. Okay, spielt halt nur... Ich hasse diesen Lüm-Lüm-Typen, ne? Das ist für 339, okay. So dumm. Ähm. Äh. Äh. Ich hätte eine Farmers weggeworfen. Ey, die... ich hätte... ich... äh... hm. Was denn? Die Farmers gehen mir nochmal mal egal. Ja, achso. Du sag das doch. Da liegt immer noch nichts, die MP9. Die MP9 von mir liegt doch da noch. Die MP9 von mir liegt doch da noch. Boah. Ich denke mal, dass es wieder in A wird. Ach, vielleicht schon. Ach, vielleicht schon. Vielleicht schon, non. Nike, lass mich B machen, bitte. G, nötigenfalls Dropper oder A bitte. Ja. Sicher? Nate, drop. Ja. Molly, drop. Bleib mal nochmal hier ein bisschen. Eventuell Switcher jetzt verschoben. Äh, Cutter, Step. Ja, eben, deswegen. Und Hold Steps. Kann man einen am Moven? Am Drop. Seid mal bitte leise. Bombe, bombe, bombe Drop, bombe Drop. Move, move, move. Ich hab reingeflasht Mike, pass auf. Einer schon im B-Spot. Gelb. Nice. Noch eine? Nice. Sauber. Nice, schöne Runde. Schön. Was? Eieieiei. Wir werden ja nicht gewinnen, dass wir... Oh, Level 40. Ich bleib bei dir. Was geht noch höher? Level 40? Oh, Green Apple. Aber man kriegt noch Erfahrung nach Level 40. Geht aber nicht höher. Ja, du musst jetzt irgendwie umwandeln. Vielleicht geht...